Hallo, mein Name ist Klaas-Peter Müller. Ich bin Steuerberater in Hamburg in der Weidestraße 132. Alle Kontaktdaten zu finden unter cpm-steuerberater.de. Wir suchen bis zum Jahresende noch drei neue Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen, die uns bei unserer Arbeit unterstützen. Also wir suchen Steuerfachangestellte oder Fachangestelltinnen, Fachwirt oder Fachwirtinnen oder wenn auch Steuerberater auf der Suche nach neuer Anstellung sind, dann sind Sie auch bei uns herzlich willkommen. Ich würde mich über Bewerbung freuen. Alle Kontaktdaten, wie gesagt, auf unserer Internetseite cpm-steuerberater.de. Dort einfach eine E-Mail schreiben oder kurz anrufen, dann verabreden wir uns, besprechen, wie wir zusammenfinden können, was der Aufgabenbereich ist. Grob, wie gesagt, Buchhaltung, Jahresabschlusserstellung, Steuererklärungserstellung und so weiter. Und dann schauen wir weiter, wie wir den Mandanten auch weiterhin gut zur Seite stehen können. Und ja, bis dahin. Ich freue mich auf Zuschriften. Bis dann. Tschüss.